ein porsche gt3 rs bekommt eine ganz ganz schöne folierung hier wird nicht am auto geschnitten sondern an mit einem tomek wie heißt das genau so nicht anders wenn die spezialisten hier rufen dann ist das so also das auto am ende soll das aussehen wie ein porsche gt3 rs r stimmt also quasi so das haben wir als projekt für den kunden gemacht und so wird das auch gebaut oder beklebt schönes auto wirklich sehr 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 schönes alter so 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 so